Musik Hallo meine lieben Kreativen, da bin ich wieder. Heute ist der fünfte Tag und es gibt wieder ein Büchlein, aber erst wieder mal das obligatorische Gedicht. Mal schauen, was wir hier auf dem Zettel stehen haben noch. Raschel, raschel, raschel. Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent. Tannengrün zum Kranz gewunden, rote Bänder dreingebunden und das erste Lichtlein brennt. Erstes Leuchten im Advent, Freude im Advent. Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent. Heimlichkeit im frühen Dämmern, basteln, stricken, rascheln, hämmern und das zweite Lichtlein brennt. Heimlichkeiten im Advent, Freude im Advent. Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent. Was tut Mutti, könnt ihr's raten? Kuchen backen, Äpfel braten und das dritte Lichtlein brennt. Süße Düfte im Advent, Freude im Advent. Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent. Kinder stimmen leise, leise, üben manche frohe Weise und das vierte Lichtlein brennt. Lieder klingen im Advent, Freude im Advent. So, und jetzt schauen wir rein ins Bieflein. Mal gucken, wo es ist. Ah, hier. Da kommt jetzt angeflogen. Jo, schön, schön, schön. Hier habe ich mal ein bisschen was ausgestanzt mit der Eckstampe. Mit der neuen. Cool auswendig. So, aber jetzt gucken wir rein. Yeah. Gucken wir, wer sich da drin verbirgt. Da müssen ich. So. Tada. Juhu. Deko-Ideen mit Flora-Shop. Das ist die liebe Heike. Ja, da habe ich auch ein Tutorial gefunden. Und jetzt habe ich es nachgebastelt. Das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. War manchmal ein bisschen knifflig, aber ich habe Geduld und ihr macht's sehr viel Spaß. Wenn es auch mal ein bisschen eine kleine Herausforderung ist. So, ich bückel dann wieder zurück. Dann ist das, was er aussieht. Für uns. Und für mich vor allen Dingen. Ach nee, für euch natürlich. So, und jetzt zeige ich euch, was ich gebastelt habe. Muss mal ein Stück gehen und holen. So, und zwar ist das ein Weihnachtssternchen. Und ein kleines. Na ja, Engelchen soll es nicht sein. Soll eher eine Libelle darstellen. Aber kann auch ein Engelchen sein. Und dann hier der Stirn. Hier noch ein Mond dran. Und mit dem Schlüsselring. Und hier vorne noch so ein Blümchen. ein Blüsterstein. Also ich finde es toll. Mir gefällt es. So, das hat die liebe Heike auch gezaubert. Und da findet ihr auch sehr viele Anregungen zum Arrangieren von Blumen und so weiter. Also das ist auch ein schöner, schöner Kanal. Mal gucken, ob wir es ankleben. Das ist mir wohl irgendwie. Ob ich es jetzt aufklebe. Ui. Kräseband holen. Dass wir es irgendwo hier festmachen können. Mal gucken. Na, schauen. Wo es hinpasst. Nicht hier. Guck mal. Ja, könnte weggehen. Ui. Ja, guck mal. Ja. Wird schön aus. So, den Kanal von der lieben Heike und auch das Video, das Tutorial verlinke ich euch in der Infobox und auch jetzt hier am Ende des Videos. Und dann wünsche ich euch morgen einen schönen Nikolaustag. Und da wollen wir mal gucken, was da denn so in einem Büchlein oder in unserem Büchlein oder naja, in unserem Büchlein versteckt ist. Bis morgen, meine Lieben Kreativen. Ja, danke. Und dannern Sie unsere Hillen. doorheen P construyendo Das war, der wende. Und dannh Battle